Betrachten wir den Markt des Monopolisten in der Ausgangssituation beim Verkauf der alten Glühbirnen. Der Konotepunkt zeigt, dass der Marktpreis bei P-Stern liegt. Nehmen wir nun an, dass die Kunden von Glühbirnen mit doppelter Lebensdauer nur noch halb so viel in einem Jahr benötigen, wie von den alten Glühbirnen. Die Sättigungsmenge am Markt wird sich dann halbieren. Andererseits ist den Kunden eine neue Lampe doppelt so viel wert wie eine alte. Der Prohibitivpreis verdoppelt sich also. Damit ergibt sich der Verlauf der Preisabsatzfunktion für neue Glühbirnen. Zusammen mit der neuen Grenzerlösgeraden lässt sich aus dem Schnittpunkt mit der unveränderten Grenzkostenfunktion des Anbieters die neue gewinnmaximale Menge X-Doppelstern ermitteln. Sie ist natürlich etwas niedriger als zuvor. Aber aus dem neuen Konotschen Punkt entnehmen wir, dass der Preis P-Doppelstern einer langlebigen Glühbirne deutlich höher als für eine alte Birne ist. Betrachten wir nun die Produzentenrente, also den Deckungsbeitrag des Anbieters bei Verkauf der alten Lampe. Schauen wir uns im Vergleich dazu die Produzentenrente bei der Produktion der Glühbirne mit längerer Lebensdauer an. Die Produzentenrente und damit bei wie angenommen unveränderten Fixkosten auch der Gewinn des Anbieters ist gestiegen. Es lohnt sich also für den Monopolisten nicht, diese Innovation zu unterdrücken. Wie hätte das Ergebnis für einen Konkurrenzmarkt ausgesehen? Interpretieren wir dazu die Grenzkosten gerade als Marktangebotsfunktion zahlreicher Glühbirnenhersteller und übernehmen die Preisabsatzfunktion des Monopolisten als Marktnachfrage. Das Marktgleichgewicht auf dem Konkurrenzmarkt bei den kurzlebigen Glühbirnen führt im Schnittpunkt von Angebot und Nachfrage zu einem Marktpreis P-Stern, der natürlich geringer wäre als im Monopol. Die veränderte Nachfrage bei langlebigen Glühbirnen führt aber nun zu einem Marktgleichgewicht mit noch niedrigerem Preis. Natürlich hängt dieses Ergebnis von der Preiselastizität der Nachfrage und des Angebots auf dem Konkurrenzmarkt ab. In diesem Beispiel würde aber auf einem Konkurrenzmarkt die Innovation zu einer Preissenkung für Glühbirnen führen. Der Wohlstandsgewinn im Gleichgewicht bei Produktion der alten Glühbirnen aus Konsumenten- und Produzentenrente ist aber geringer als der Wohlstandsgewinn auf dem Konkurrenzmarkt mit den langlebigen Lampen. Allerdings kommt der Effizienzgewinn dieser Innovation nur den Konsumenten auf dem Konkurrenzmarkt zugute, während die Produzentenrente der Branche unter Druck gerät. Während also der Monopolist mit der Innovation Gewinne einfährt, würden unter den hier gemachten Vorgaben die Produzenten auf dem Konkurrenzmarkt durchaus den Anreiz haben, ein Kartell zu bilden, um Glühbirnen mit einer längeren Lebensdauer zu verhindern. Ob eine solche Vereinbarung sich allerdings durchhalten lässt, steht auf einem anderen Blatt. Denn wer zuerst mit dieser Erfindung auf den Markt kommt, könnte zunächst noch höhere Gewinne als die mit Konkurrenten erzielen.